Es ist mir wichtig, einen Ausgleich im Studium zu haben. Diesen in meinen Alltag zu integrieren, schaffe ich zum Beispiel durch Fahrradfahren. Auf diese Weise ist man in Leipzig sowieso am schnellsten. Vor zehn Jahren bin ich vom Turm zur Leichtathletik gewechselt, um mich in mehr Disziplinen austoben zu können. Beim Zehnkampf begeistern mich die verschiedenen Disziplinen. Man wird dadurch auf unterschiedlichste Weisen gefordert. Am liebsten sind mir dabei Hürdenlauf, Hochsprung und Stabhochsprung, weil man komplexe Bewegungsabläufe kombinieren muss. Ich achte außerdem sehr auf meine Ernährung. Selbst kochen ist für mich Standard. Gesunde und frische Zutaten gehören für mich deshalb immer dazu. Ich bin Sophie, studiere Bauingenieurwesen an der HTWK und bin eine Bewegungsfanatikerin. Und du so. 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 Und du Men so. Und du so. Untertitelung des ZDF, 2020